Hier ist er. Unser Sieger ist Rock for Me. 2013 war er um die Jugendlütter-Sieger ist. Einer der jüngsten auf der Führung, erst erst im Juni geboren wird auf der Juni-Ferien. Züchter ist Heinz Koumse. Aus Laa, der in Wohlander, das röberte einen solchen Siegerhex zu züchten, wo es in der 13. Zeitung Lundberg aus Lübing steckt. Florenzio Heinz, die Mutter, Lorschau, der lausste Seellosohn, dann Terpimo, ein Trakina, wo er auch ehelnden, der Feinsten sorgte. Und, äh, ihr kennt das ja von der Station Nordberg, die Bedrohung und Sachverstand an den jungen Examen. Hier hängt es jetzt mit dabei 1,4 und 70 großen Stockmaß. Wir sind ja im letzten Jahr noch an Krass und Dynamik dazugewonnen. Einen Supertest hat er absolviert. Keiner wurde unter 8 in Fremdheiler mit 9,25. Der Charakter mit 9. Die Galopparbeit mit 8,75. Geschwit mit 8,75. Mutter, Vater Florenzio Heinz, Doppelweltmeister. Und siebenjährig schon hoch erfolgreich in der Schwedenklasse. Über 50 Söhne von Florenzio Heinz wurden mittlerweile geführt. Und darunter auch der Nürnberger Fingerless-Mackertanz. Dann ziehen und geht es weiter über Lorchon, den Lauri Wenzelsohn. Und dann gehen wir jetzt weiter über den Sackchiner Café. Das hat sich super weiterentwickelt mit dieser jungen Rockfeuerhäusung. Hier auch super in Szene sitzt bei Lukas Fischer. Ganz viel an Kraft dazugekommen. Wir werden mit einer Schreiberklasse. Wir werden mit einer Schreiberklasse erb SERVATM. Aber wir werden mit einer Schreiberklasse gewinnen. Tai der Bösen. Oder wir werden mit einer Schreiberklasse gewinnen. Das war Lufthansa Fischer um alles zu z��zen. Wir werden uns mit einer Schreiberklasse geliebenden in der Bösen. Wir werden natürlich weiterentwickelt. und dann lieber Ernst, Rock For Me von Rock Forever. Bravo, das ist ein echte wertvolles Buch, in der ich mir sehe, da ist mehr und mehr Früchte. Bravo, das ist ein echte wertvolles Buch.